Aus der historischen Distanz erzählt sie weniger von Helden als von Gräbern. Kurz vor der Kapitulation des Deutschen Reichs starben beiderseits der Oder hunderttausende Soldaten und Zivilisten einen sinnlosen Tod. Aus einem Strom, der nie ein natürliches Hindernis war, wurde die Oder-Neiße-Grenze eine der bekanntesten Demarkationslinien der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017